1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 Jo Leute, ich grüße euch herzlich, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute eine Themennacht und das Thema heißt meine dunkelste Seite und ich möchte gerne mit euch sprechen über eure Abgründe, über eure Geheimnisse, über das Verborgene in euch, für das ihr euch vielleicht schämt, vielleicht aber auch nicht. Das ihr geheim haltet oder von dem nur wenige Menschen Bescheid wissen. Irgendwas, etwas in euch, das euch vielleicht auch zu schaffen macht, aber ihr dem dennoch nachgeht. Es ist halt ein Teil von euch und ihr sagt, das ist etwas von mir, aber es ist meine dunkle Seite. Also, das ist unser Thema heute Nacht und wenn ihr mir davon erzählen wollt, ein bisschen Licht in dieses Dunkle von euch bringen möchtet, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 50 50 Und die Faxnummer lautet 0800 220 50 51 Erste Anruferin heute Nacht ist die Jasmin und die Jasmin ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen Domian Hallo Jasmin Ich möchte dir erstmal meinen Lob aussprechen. Also, ich bin ein Fan von dir. Dankeschön. Also, immer wenn ich Zeit habe, dann gucke ich, also wenn ich nicht einschlafe. Und meine dunkelste Seite, das ist, dass ich seit meinem 15. Lebensjahr eine sogenannte Affäre habe mit einem verheirateten Mann. Seit deinem 15. Lebensjahr? Ja, also, aber ich muss noch dazu sagen, also mit 15 fing es an, also da haben wir mal geknutscht und so und dann ging das auch nicht weiter. Dann bin ich weggezogen, dann hatten wir auch mal eine Zeit lang, irgendwie ein Jahr lang gar keinen Kontakt. Ach so. Und dann haben wir uns zwischendurch mal, hat er mich angerufen oder ich habe mich wieder mal gemeldet und dann haben wir uns wieder getroffen. Also, es war nicht so kontinuierlich, aber letztendlich gab es da einen roten Faden in eurem Leben. Ja. Der euch verbunden hat. Ist er so alt wie du? Nein, er ist älter. Viel älter? Er ist jetzt 43. 43. Ja. Gut, du bist 31. Ja. Dann war er damals ja schon erheblich älter. Also, damals war die Kluft ja größer. Er war 28 damals. 28 und du warst 15 Jahre alt. Ja. Na gut, aber als du denn älter wurdest und das doch irgendwie immer wieder doch zueinander fand, warum seid ihr nicht mal, zumindest mal auch ein Paar, ein richtiges Paar gewesen? Ja, wie gesagt, er ist ja verheiratet. Er war schon damals verheiratet und er hat mir auch nie so versprochen, dass er sich scheiden lassen würde und so. Und das wollte ich auch gar nicht. Ja. Und ähm... Bist du denn auch in festen Händen? Nein. Du bist Solo und Single? Ja. Und jetzt seit drei Jahren haben wir eine richtige Affäre, also mit Geschlechtsverkehr. Ach so, das war vorher nur... Ja, vorher war das nicht. Aber was war vorher? Ähm... Wenn du sagst, ich habe seit meinem 15. Lebensjahr eine Affäre mit einem etwas älteren Mann, da dachte ich schon, dass da schon alles passiert ist, was so passieren kann. Nee. Was habt ihr denn vorher gemacht? Nur Händchen gehalten oder nicht mal das? Geknutscht und wir haben uns auch selten getroffen. Also so, weil ich da ja weggezogen bin in eine andere Stadt. Ja. Und dann hat er mich da ein paar Mal besucht und ähm... Aber eine sonderbare Verbindung, ne? Finde ich. Ja. Warst du denn immer eigentlich in ihn verliebt? Ähm, ich... Also damals, als ich 15 war, denke ich schon. Ja. Und dann ist ja immer noch was Besonderes für mich. So, jetzt... Und ich verstehe das auch nicht, warum. Jetzt seit ein paar Jahren ist es auch eine richtige Affäre. Ja. Mit Geschlechtsverkehr. Ja. Mit allem drum und dran. Ja. Aber er ist immer noch verheiratet. Ja. Und er will sich auch nicht von seiner Frau... Nein. Nein. Also er macht mir auch nichts vor so. Und es liegt auch einfach auf der Hand. Ja. Also er meldet sich nur, wenn er Bock hat, dann kommt er vorbei. Wenn er Bock auf Sex hat? Ja. Muss man so sagen? Ja. Ja. Wie oft hat er denn dann Bock auf dich? Wie oft passiert das? Ähm, das ist unterschiedlich so, aber durchschnittlich einmal im Monat. So alle drei bis vier Wochen. Kannst du damit leben? Oder ist das für dich eigentlich eine traurige Sache? Das ist eine ganz traurige Sache. Du hättest gerne mehr von dem Mann und du wärst gerne mit ihm... Nee, ich würde eigentlich von ihm loskommen. Ach so. Ach so, du bist gar nicht jetzt so, dass du sagst, ich würde am liebsten mit ihm jetzt zusammen ein Leben aufbauen? Nein, 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 überhaupt nicht. Aber wenn er mir mailt, so von wegen, hallo, was machst du... Dann wirst du schwach. Und dann fliege ich schon. Ja. Wohnt er weit weg von dir? Sehr weit? Nein. Nein. In all diesen Jahren, du bist ja auch schon 31 Jahre alt, hattest du denn mal längere Beziehungen? Ja. Ja. Und während dieser Zeit waberte aber dieser Mann irgendwie doch noch in deinem Kopf rum? Ja, ja. Obwohl damals noch gar nichts Sexuelles gelaufen war? Ja. Und du in der Zeit auch eigentlich, so wie ich es gerade verstanden habe, auch nicht so verliebt in den warst. Nur ganz am Anfang. Ja, aber er war dann halt immer, wenn ich dann wieder Kontakt zu ihm aufgenommen habe, dann kam das alles wieder so hoch. Verstehe. Und dann, ich weiß nicht. Jetzt ist die dunkle Seite, dass du nämlich irgendwie dem verfallen bist. Ja. So kann man es sagen. Und ich komme von ihm nicht los, dass er Hammer ist. Ich habe auch von ihm abgetrieben. Mhm. Und er war weg, aber ganz schnell, als er das wusste, dass ich schwanger bin. Ja. Warum verhütest du nicht, wenn du mit diesem Mann was hast? Ja, weil ich sonst keinen Freund habe und weil wir so selten was miteinander hatten. Ja, aber dennoch kann man ja verhüten. Ja, ja, ist auch ein Fehler von mir. Passiert nicht nochmal. Nein, nein, nein. Was kann man da machen, Jasmin? Das sind immer ganz schlimme Sachen, wenn man einem Menschen hörig ist oder wenn man einfach nicht weg will von einem Menschen. Ja, und ich weiß ja, dass er mich nur ausnutzt. Aber trotzdem komme ich von ihm nicht los. Es ist einfach eine Frage der eigenen Disziplin und des Trainings in diesen Fällen. Nämlich, dass du trainieren musst, Nein zu sagen. Dass du trainieren musst, zu sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte dich heute nicht. Ja, aber ich frage mich, was muss denn noch passieren? Also das ist ja schon richtig krass. Dass du es kapierst, ne? Ja, naja. Dir ist völlig klar, dass dieser Mann dich nur als Betthasing benutzt? Ja, ja. Und als ich damals schwanger war, das ist auch schon zweieinhalb Jahre her. Und da war er weg. Er hat sich nicht gemeldet. Ich habe ihm geschrieben die ganze Zeit. Ich habe versucht, ihn zu erreichen. Er war nicht erreichbar. Und er hat geschrieben, er fliegt weg oder was weiß ich. Aber dabei ist er nicht weggeflogen. Also alles ist eindeutig letztendlich. Ja. Und dann nach zwei Monaten oder so hat er einfach so aus heiterem Himmel wieder mir geschrieben. Und dann wollte ich irgendwie nicht. Dann hat er mich wieder rumgekriegt. Wenn du dann mit ihm schläfst, gefällt dir das dann auch in dem Moment? Ja. Das schon. Ja. Jasmin, was gibt es da zu raten? Da gibt es zu raten, dass du massiv gegen dich angehst. Oder dir zu wünschen, dass es noch knüppeldicker kommt, dass du es dann endlich kapierst. Aber was soll denn noch passieren? Eigentlich ist es schon schlimm genug. Du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Eigentlich musst du jetzt Frau genug sein mit deinen 31 Jahren und sagen, nee, komm, jetzt ist Schluss. Ich orientiere mich jetzt um. Ich gucke mir die Welt an und hoffe, dass ich vielleicht mal einen anderen netten Mann kennenlerne und dass ich den aus dem Kopf rauskriege. Denn das ist ja eine sehr lange Zeit. Vom 15. Lebensjahr bisher, das sind ja richtige Suchtstrukturen vielleicht, die da sich schon eingefahren haben. Lerne, übe, trainiere, Nein zu sagen. Das ist das Einzige, was man sagen kann. Und führe dir immer wieder vor Augen, was das für ein Typ ist. Und führe dir immer wieder vor Augen, was der für schlechte Charaktereigenschaften hat. Das kann einem helfen. Und schiebe alles von dir weg, was irgendwie ein bisschen schön ist, was nett ist, was auch eine gute Erinnerung darstellt. Weg damit. Das Negative muss raus. Das hilft dann. Alles Gute. Okay, danke, Domian. Das ist Ihnen. Alles Liebe von Herzen. Okay, tschüss. Meine dunkelste Seite hat ja eigentlich jeder von uns irgendwie eine dunkle oder eine dunklere Seite zumindest. Der eine mehr, der andere weniger. Und manchmal, wenn jemand sich dann offenbart oder wenn man in jemanden reinschaut, dann tun sich einem der Welten auf, die einen vielleicht sogar umhauen. Und wenn ihr gerne ein bisschen über euch reden wollt, über eure dunkle Seite, was ihr da so mit euch herumtragt, was in euch ist, was ihr vielleicht schon mal getan habt, was es da für Geheimnisse gibt, was es für Abgründe gibt, was es vielleicht für ein Doppelleben gibt. Vielleicht ist da irgendetwas, für das ihr euch sehr schämt oder was ihr heimlich praktiziert oder es gibt da so viele Sachen. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, hier im Rahmen dieser Sendung, dann könnt ihr mich anrufen unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Faxen unter 0800 220 50 51. Nächste Anrufer, nächste Anruferin ist die Susann und Susann ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Susann. Hi. Was ist deine dunkelste Seite? Ich habe eine dissoziative Identitätsstörung. Oh, das übersetzen wir gleich mal sofort. Klingt gut, ne? Naja, das ist eine Krankheit, ähnlich einer multiplen Persönlichkeit. Und das bedeutet eigentlich für mich, dass ich ab und zu mal bei zu starken emotionalen Sachen umschalte. Das heißt, ich gehe weg und tue Sachen, an die ich mich hinterher auch nicht daran erinnern kann. Achso, du kriegst dann so ein Blackout und unternimmst Sachen, sagst Sachen, tust Sachen, an die du dich nicht erinnern kannst, die auch nicht später irgendwann nochmal in dir hochkommen. Ne, also ich kann mich dann gar nicht daran erinnern. Das ist ja sehr unheimlich. Ja. Das ist ja sehr unheimlich. Was hat man dir erzählt, was du schon in solchen Filmrissmomenten gemacht hast? Na, ziemlich. Also das harmloseste sind so Sachen wie, ich gehe halt mitten in der Nacht aufs Dach und hüpfe übers Dach und möchte mir unbedingt den Mond angucken. Schlafwandlermäßig. Nein, nein, ja, Schlafwandel ähnlich, aber ich schlafwandele ja nicht. Ja, ist mir klar, ich meine so ähnlich wie ein Schlafwandler. Ja, genau. Das ist harmlos, da kann man noch schmunzeln, wobei harmlos ist es auch nicht, du kannst mal daneben treten und liegst im Innenhof. Oder auf der Straße. Ja, ich fall weich, es ist Wiese. Na, okay. Was ist denn an schon ernsteren Sachen passiert? Naja, also das mit dem Dach ist auch schon mal ernster gewesen, nämlich so, dass ich eine Prüfungssituation hatte, und einen völligen Blackout in der Prüfung hatte und irgendwie irgendwann auf dem Dach wach geworden bin und um mich rum, vor mir zwei Feuerwehrmenschen, hinter mir ein Sprungtuch, einen Haufen Polizei, einen Haufen Feuerwehr. Moment, du warst in einer Prüfungssituation irgendwo in der Uni oder wo auch immer? Nein, ich habe eine Ausbildung gemacht und hatte da Prüfung. So. Und hatte in dieser Prüfung einen kompletten Blackout, also komplett. Da war alles... Das heißt, du bist dann irgendwie weggelaufen von da offensichtlich? Ich bin, ja, weggelaufen. Insofern, ich hatte noch Zeit zwischen den Prüfungen, wie das ja ist, wenn man durch eine Prüfung gefallen ist, beziehungsweise weiß, dass man durch eine Prüfung gefallen ist. Achso, das war dir dann schon klar, dass du durchfallen würdest? Ich habe nichts gesagt. Also es war mir klar, dass ich in dem Moment durchgefallen bin. Bist du dann auf das Dach von dem Prüfungsgebäude geflüchtet oder auf deinem Dach? Nein, interessanterweise auf mein Dach. Das heißt, du bist nach Hause gelaufen, ohne dass du wusstest, dass du nach Hause läufst? Nee, das wusste ich noch. Ach, das wusstest du? Also ich hatte damals noch ein Auto und bin mit dem Auto gefahren. Wie ferngesteuert, das weiß ich auch noch bewusst. Ja. Aber ab dem Zeitpunkt, ich habe dann, ich weiß nicht, ich wollte mich abregen und habe Charles Dickens gelesen. Ja. War an der Stelle, wo irgendwie ein kleiner Junge in eine fürchterliche Situation kommt, nämlich auf eine ganz schlimme Schule. Und in dem Moment muss ich wohl irgendwie geswitcht, also umgeschalten haben. Und bin dann nur aufs Dach gegangen. Also, dann war da doch noch, du hast gerade am Anfang das vielleicht nicht so ganz klar erzählt, du hast gesagt, ich kam aus der Prüfungssituation, habe ich mich auf dem Dach wiedergefunden. Da war dann doch noch so eine kleine Zwischenzeit. Es war eine Zwischenzeit, ja. Du bist nach Hause und bist dann aufs Dach gegangen. Ja. Wie lange dauern diese Filmrisse? Ich weiß es nicht, unterschiedlich. Eine Stunde, zehn Minuten? Ich glaube, das längste, was ich so, also was ich weiß, sind vielleicht anderthalb Stunden, glaube ich. Ja. Wie oft kommt das vor? Oder wie oft ist das schon vorgekommen? Ja, das weiß ich nicht so ganz genau. Ich weiß das jetzt eben auch erst seit einem Jahr. Und in der Zeit... Du kannst das ja auch noch, insofern könntest du die Frage beantworten, wenn jemand anders dir das erzählt hat, dass du sowas gemacht hast. Jetzt hast du zwei Beispiele genannt, von wegen aufs Dach klettern. Ja, die sind noch relativ harmlos. Genau, sag mal noch ein anderes Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, dass ich einmal wach geworden bin, weiß ich bis heute leider nicht, was ich getan habe, und die Hände bis zum Handgelenk im Blut hatte. Ja. Und ich weiß bis heute nicht, was habe ich getan. Wie, die Hände bis zum Handgelenk im Blut? Also ich hatte voller Blut. Die war voller Blut. Wie, als hätte ich sie irgendwo reingetaucht. Und wo bist du wach geworden? Bei mir in der Wohnung, wobei meine Wohnungstür auch schön voller Blut war. Das heißt, du bist irgendwo hingegangen, wo irgendwie irgendwas mit Blut gemacht wurde? Also meine letzte Erinnerung dort ist einfach, ich bin Auto gefahren und bin in so ein bisschen bewaldete Gegend gefahren. Ja. Und ab dem Zeitpunkt ist dann weg. Aber du selbst warst in deinem Körper nicht verletzt. Also von dir kam das Blut nicht. Nein, es war nicht von mir. Es war definitiv Fremdblut. Und mich wundert, dass du überhaupt noch Auto fahren darfst mit dieser Erkrankung. Naja, ich mache es nicht mehr. Also ich habe das, nachdem ich das dann klar hatte, da ist eine Krankheit und ist ein bisschen gefährlich, fahre ich nicht mehr Auto, weil ich auch beim Autofahren schon durchgewitscht habe. Also das ist ja eine sehr gruselige Sache, quasi aufzuwachen und man hat die Hände voller Blut. Gibt es noch ein anderes Beispiel, was so in diese Richtung geht? Naja, nicht direkt, nee. Aber das ist ja auch schon schlimm genug. Ja. Macht dir das Angst vor dir selbst? Ja, viel, weil es ist ja so, dass ich nicht bestimmen kann in dem Moment, was ich mache. Und man könnte ja ins Grübeln kommen, oh Gott, oh Gott, vielleicht setzen meine ganzen Grundsätze aus und ich tue dann in dieser Situation etwas, was ich nie sonst tun würde vielleicht. Bis hin zu Straftaten begehen. Ja, ich habe mal, was weiß ich noch, ich habe so ein Ding, man darf mich nicht von hinten erschrecken, weil dann kriege ich Panik. Und ich wurde mal von einem kleinen Mädchen erschreckt, was ich kenne. Und ich habe mich wohl umgedreht und das waren nur ganz wenig Sekunden, also nicht lange. Und ich habe mich umgedreht und habe das Mädel wohl auf den Tisch geknallt und angefangen zu bürgen. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand meinen Namen gerufen hat und ich selber so erschrocken war, dass ich wieder klar war. Ja, und dass ich wieder klar war. Jetzt sag doch nochmal diesen hochseltsamen Namen, den ich noch nie gehört habe, wie diese Krankheit heißt. Du hast gerade am Anfang... Ja, eine dissoziative Identitätsstörung. Ja. Ist das ein psychiatrisches Krankheitsbild? Ja, das ist ähnlich wie eine Multiple Persönlichkeitsstörung. Das heißt, du bist in psychiatrischer oder psychologischer Behandlung? Ja. Ja? Jetzt endlich. Jetzt endlich. Ja. War das schwierig, das zu diagnostizieren? Sprich, kommt das selten vor, diese Krankheit? Ich habe von dieser Krankheit noch nichts gehört. Ich denke, dass... Also ich weiß es nicht genau. Ich denke, dass diese Multiple Persönlichkeitsstörung häufiger ist. Weil das hat ja dasselbe Prinzip, also eigentlich. Ja. Nämlich diese Dissoziation. Was macht der... Bist du beim Psychologen oder beim Psychiater? Psychiater. Psychiater. Wie ist diese Therapie? Was macht der mit dir? Naja, im Moment lerne ich... Also ich habe dann auch zwischendrin so, dass ich mich nicht mehr erinnern konnte, dass ich überhaupt beim Psychiater war. Und im Moment lerne ich erst mal so damit klar zu kommen, dass ich diese Krankheit überhaupt habe. Ah ja. Dadurch... Und mir einzugestehen, dass ich da noch eine Seite habe, die halt... Interessant. Das heißt, da passt du wirklich gut in unsere Sendung. Einmal was unser Thema anbelangt, aber auch was deine persönliche Motivation betrifft, hier anzurufen. Das heißt, das ist auch so ein kleines Stückchen Therapie jetzt für dich. Nämlich hier zu sagen, hier, ich habe sowas und ich bekenne mich auch dazu. Ja. So ein bisschen schon. Was machst du sonst im Leben? Was bist du für ein Beruf? Ja, ich bin leider, also arbeitslos. Arbeitslos. Weil ich hatte vorher eine Ausbildung gemacht, in der halt ziemlich viel Mobbing auch passiert ist. Ja. Und in der sich dann zum Schluss eben in dieser Prüfungssituation, dieses Krankheitsbild wohl ziemlich zugespitzt hat. Bist du in einer Beziehung? Ne. Ne. Ich wollte sagen, dass es sich ja dann auch sehr schwierig mit einem Partner dann damit umzugehen. Ja, das ist, ja, es ist schon schwierig. Ich meine, man, es muss einfach jeder in meinem Umfeld wissen. Gibt es, wissen das die nahen Leute um dich herum? Ja. Die wissen das. Ja, die wissen zwar nicht genau, wie sie reagieren müssen und, also, beziehungsweise, wir haben noch nicht rausgekriegt, wo der Punkt ist, dass man mich zurückholen kann. Ach so. Vielleicht einfach deinen Namen rufen. Das haben wir schon versucht. Das hat meine Mitbewohnerin mal auf dem Dach versucht und wir hatten halt hinterher gemeint, sie ist einfach nicht an mich rangekommen. Also, auf dem Dach würde ich nur gar nicht deinen Namen rufen, aus Sorge, dass du dann wirklich erschreckst und runterfällst. Aber vielleicht... Naja, es ist ein Flachdach, also noch relativ... Wie sind die Prognosen der Therapie? Sagt dein Psychiater, das kriegen wir in den Griff, das schaffen wir oder ist es doch schon sehr kompliziert? Naja, so deutlich gesagt hat die Ärztin da noch nicht wirklich was. Also, ich denke, sie will mir keine falschen Hoffnung machen, aber sie hat gesagt, eben auf alle Fälle werde ich jetzt jahrelang das Krankheitsbild noch haben. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das schon habe. Also, ich habe, das weiß ich, ich habe mal beinahe ein Internat angezündet, in dem ich damals gelebt habe. Also, werde ich das schon ziemlich lange haben auch. Aber so richtig ausgebrochen, erst vor ein paar Jahren? Nee, richtig bewusst geworden. Also, so Sachen, dass ich... Bewusst geworden. Dass ich das gemerkt habe, dass ich gemerkt habe, Moment, da ist irgendwie was im Argen. Verstehe, ja. Liebe Susanne, dann wünsche ich dir für deine Therapie, wahrscheinlich ist es dann auch eine langwierige Therapie, von Herzen alles Gute. und dass nichts Schlimmes passiert, wenn du in diese Zustände hineingerätst. Ja. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Meine dunkelste Seite, unser Thema heute Nacht. Wenn ihr gerne mit mir über eure dunklen Seiten reden wollt, über eure Abgründe, dann ran ans Telefon 0800 220 50 50 oder Faxen 0800 220 51. Kai, 24, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Kai. Du erzählst uns auch von deiner dunklen Seite. Ja, da dreht sich hauptsächlich darum, wenn ich Alkohol getrunken habe, dass sich dann meine dunkelste Seite äußert. Und die wäre? Ähm, dass ich zu puren Aggressionen neige. Die sich dann äußern in? Ähm. Oder wie? Bis zu schweren Körperverletzungen, bis zu, was weiß ich nicht alles. Was hast du schon gemacht? Erzähl mal so die schlimmsten Sachen, die du angerichtet hast im Suff. Ähm, dass ich jemanden bis fast zum Mord und Totschlag gegangen ist. Also im Klart ist, dass du fast jemanden totgeschlagen hättest. Ja. Wie sehr hast du diese Person verletzt? Ähm, das ging bis zum Nasenbein, Kieferbruch, sämtliche Rippen gebrochen. Ähm, das ging fast bis zum äußersten, bis zur äußersten Körperverletzung oder... Das heißt, diese Person lag im Krankenhaus danach? Ja. Und war wirklich schwerst verletzt? Ja. Und das Letzte, was mir passiert ist, das ist sogar, dass ich an meine Freundin drangegangen bin. Dass das mir wirklich an den Herzen geht und alles andere. Einmal passiert? Das erste Mal. Das allererste, dass ich mich, das allererste Mal, dass ich mich überhaupt an eine Frau drangewagt habe. Mhm. Was ist da passiert? Was ist da vorhergegangen an Auseinandersetzungen? Also du warst natürlich wieder betrunken. Das setzen wir jetzt voraus. Ja, das haben wir. Und ja, das war nicht nur das Einzige, dass wir nur getrunken haben. Ja. Wir haben uns sogar eine geraucht. Ja. Wir haben eine Tüte geraucht und sowas. Ähm, und, äh, dann kamen noch andere Leute dazu, die ich jetzt nicht so weiter. Äußern möchte das zu den Leuten. Und, ähm, dann fing das eigentlich dazu an, dass ich mich wirklich immer weiter über die zwei Personen drüber aufgeregt habe. Über die, die noch bei euch waren? Ja. Ja. Und wieso hast du dann deine Freundin geschlagen? Das, das kam erst viel, viel später. Ja gut, aber wieso hast du sie geschlagen? Ich hab sie nicht geschlagen, in dem Sinne. Ich hab sie nur einfach am Hals gepackt und hab angefangen zu wirken. Gut. Äh, aber warum? Ähm, weil, weil sie sich in dem Endeffekt auf eine Person eingelassen hat, die sie, der die angebaggert hat, angemacht hat und alles andere. Obwohl ich ihr das gesagt hatte, äh, was das für eine Person ist und alles andere. Also du warst eifersüchtig. Ja. Was heißt eingelassen? Was heißt eingelassen? Äh, deine Freundin hat sich eingelassen auf eine andere Person. Was heißt eingelassen? Hat sie mit dieser Person einfach nur geredet? Oder hat sie die Person, den Typ, geküsst oder was? Nein, das nicht. Äh, der Typ hat sich einfach auf deren Schoß, äh, da mit dem Kopf draufgelegt. Mhm. Und sie fing auch immer den Kopf an zu kraulen und alles andere. Ah, und da hast du, daraufhin hast du sie gewirkt? Ähm, das, da, ich weiß nicht, wie das geht bei mir einfach. Ich verstehe das nicht. Das hat, äh, hat eventuell auch was mit meiner Vergangenheit zu tun. Gut, da kommen wir noch, äh, gleich noch drauf. Aber, 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 daraufhin hast du sie gewirkt? Nein, das kam eventuell, das kam noch später. Mhm. Da hab ich zu ihr gesagt, sie soll gehen. Mhm. Sie soll sofort gehen. Mhm. Und so kam aber eins zum anderen und sie hat sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen aufgeregt über dich und dann... Nee, sie hat sich nicht aufgeregt, sie ist einfach gegangen. Aha. So, ähm, da kam eins nach dem anderen. Ja. Wir verkürzen das mal ein bisschen. Also sie ist dann gegangen. Da gab es ein bisschen Stress zwischen dir und ihr. Du hast gesehen, dass, dass, dass sich jemanden mit dem Kopf auf ihren Schoß gelegt hat. Daraufhin ist sie gegangen. Wann kam es und warum kam es dann zur Situation, dass du deine Freundin gewirkt hast? Weil sie meinte zu mir, ich soll nicht immer alles so ernst nehmen. Mhm. Ich soll ein bisschen lockerer werden und alles andere. Ich soll nicht so eifersüchtig werden. Darauf hab ich zu ihr gesagt, ich bin so, wie ich bin. Und darauf hab ich zu ihr gesagt, sie soll das akzeptieren und alles andere. Naja. Und so schaukelte sich das dann hoch. Und eine Freundin war dabei. Ja. Von ihr. Ja. Und sie redete auch noch auf mich ein und schubste mich rum. Und ich bin normalerweise kein Typ, der sich an einer Frau vergreift. Ja. Aber gut, aber dann ist es passiert. Dann ist es passiert. Ja. Das hat sich alles hochgeschaukelt. Ja, das hab ich schon verstanden jetzt. Wie schlimm hast du sie gewirkt? Ich hab nicht fest zugegriffen. Ich hab einfach nur die Hand um den Hals drum gelegt und hab angefangen, hab einem nur leicht zugedrückt. Ja, also jetzt relativierst du... Und du sagst, sie soll gehen. Ja, jetzt relativierst du es ja. Gerade hast du mir erzählt, dass du gewalttätig geworden bist gegen deine Freundin und zum ersten Mal gegen eine Frau. Also war es doch schon ein bisschen schlimmer, als nur mal die Hand an den Hals legen. Ja, aber das reicht doch schon. Das reicht schon, ja. Ich hab die Freundin von ihr, hab ich mit wirklich, so wie meine Freundin mir das erzählt hat, hab ich wirklich mit einer Hand wirklich so hochgehoben und wirklich weggeschmissen. So Kai, jetzt hast du mir dieses erzählt, dass da was Schlimmes passiert ist mit deiner Freundin. Ja. Du hast mir erzählt, dass du immer wieder gewalttätig geworden bist, auch gegenüber Männern. Ja. In alkoholisierten Situationen. Nach dem, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, bin ich wieder zurückgegangen. Bin ich zu diesem einen Typen wieder zurückgegangen. Ja. Und hab den wirklich aufs Herbst zusammengedrecht. Ich hab mich sogar nicht nur an dem vergriffen, ich hab mich sogar an dem seinem eigenen Auto vergriffen. Ja. So, das reicht mir eigentlich schon ein Beispiel. Du bist 24 Jahre alt. Wie lange läuft das schon so, dass du so drauf bist? Seit ich 20 bin. Seit ich beim Bund war. Auch vorher schon. Seit ich jünger gewesen bin. Seit ich in der Jugendklicke gewesen bin. Hast du denn auch schon mal so richtig Schwierigkeiten deshalb gehabt, dass dich jemand angezeigt hat? Ja. Hast du doch schon mal vor Gericht gestanden deshalb? Ja. Ah ja. Was war die heftigste Strafe, die du bekommen hast deshalb? Das war wegen versuchten Mordentotschlag. Und wie hoch war die Strafe? Darauf habe ich gekriegt, zweieinhalb Jahre auf Bewährung. Ah. Und danach ist dann nicht wieder was vorgefallen? Nee, danach bin ich zum Bund hingegangen. Also fängt das doch schon vor dem Bund an, ne? Ja, das fing vor dem Bund schon an. So Kai, nimmst du das alles so hin? Nee, so leicht nehme ich das nicht hin. Was tust du dagegen? Ich habe mir jetzt eigentlich geschworen, ich habe im Gespräch mit meiner Freundin darüber gesprochen. Die noch immer deine Freundin ist? Ja, ich habe wirklich versucht, mit der darüber nachzudenken. Ich habe ja wirklich alles, was in der Vergangenheit passiert ist und so alles andere zu erklären. Gut. Also sie ist noch deine Freundin. Meine Frage war, was du dagegen unternimmst. Kein Alkohol mehr zu trinken. Versuchen. Zu versuchen. Das ist eine Erkenntnis, die vielleicht ein bisschen spät jetzt auch kommt, aber sie ist natürlich nicht zu spät. Wenn du schon so viel Scheiße angerichtet hast und das immer im Zusammenhang mit Alkohol ist, immer, sagst du, nie im nüchternen Zustand passiert sowas. Nee. Dann ist ja die logische Konsequenz daraus zu sagen, ich brauche erstmal gar keinen Psychologen oder sowas. Ich trinke einfach mal überhaupt keinen Alkohol. Nicht mal, sondern ich trinke keinen Alkohol mehr. Hm. Hm. Ist das so schwer? Ja, schon. Zu vergessen, das, was mir alles früher passiert ist. Weil in gewissen Dingen hilft mir der Alkohol über gewisse Dinge hinweg. Was ist dir denn früher passiert? Ja, wenn, guck mal, früher in meiner jungen Zeit war ich in der Clique und da war ich nur gesehen der Prügelknabe für jeden und alles. Ja. Da haben die anderen schlechte Laune gehabt, da habe ich von denen Dresche gekriegt und da habe ich von denen Dresche gekriegt. Ja. Verstehst du? Ja, üble Sachen passiert. Du hast auch kräftig einstecken müssen früher. Ja. Und das entlädt sich jetzt bei dir, wenn du besoffen bist, auf diese Art und Weise, wie du sie gerade geschildert hast. Ja, das war aber, ist nicht nur das. Das ist auch im Endeffekt auch beim Bund nachher noch passiert. Hm. Verstehst du? Ich verstehe das schon. Das ist auch erklärbar. Dennoch ist es natürlich überhaupt keine Rechtfertigung für das, was passiert ist. Und auch keine Entschuldigung dafür, nicht mehr Alkohol zu trinken. Also weiter Alkohol zu trinken, meine ich. Du warst gerade so ein bisschen zögerlich, als ich sagte, warum machst du nicht einen klaren Strich und sagst, ab heute kein Tropfen mehr. Weil das doch auf einer gewissen Weise doch schwer ist. Das Ganze jetzt irgendwie im klaren Sinne, im klaren Zustand zu verarbeiten. Ja, ja. Da könntest du dir oder solltest du dir dann vielleicht, wenn es wirklich so schlimm ist, ich weiß noch nicht, was da noch alles in deinem biografischen Umfeld an üblen Dingen passiert ist, dann dir vielleicht doch in Form eines Beratungsgesprächs oder einiger Gespräche professionelle Hilfe suchen. Das war ja auch beim Bund so. Ja, jetzt sind wir nicht mehr beim Bund. Ja, das war aber da beim Bund auch schon so. Wie, was war da auch schon so? Da warst du beim Psychologen oder was? Ja, nach dem Kosovo-Einsatz. Ja. War das genauso. Wir haben über alles geredet, was am Kosovo-Einsatz passiert ist, wie wir uns fühlen, was in der Vergangenheit und was in der Zukunft passieren sollte und wie wir das alles machen sollen. Wie lange, wie viel Jahr ist das jetzt her? Ich bin jetzt knapp seit einem Jahr von da weg. Ja, gut. Dann ist jetzt aber eine andere Zeit angebrochen und es heißt jetzt nach vorne zu gucken. Und nach vorne gucken heißt, dass du nochmal in therapeutische Behandlung solltest, finde ich. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du für dich die Entscheidung treffen solltest und musst unbedingt, dass du kein Alkohol mehr trinkst. Mensch, was reden wir denn darüber? Natürlich trinkst du kein Alkohol mehr. Das ist ja die erste Maßnahme überhaupt. Du hast ja schon oft genug jetzt Sachen angestellt, die vielleicht hätten sehr schlimm enden können. Da diskutieren wir doch gar nicht mehr drüber, ob Alkohol oder nicht Alkohol. So, und das andere ist einfach, dass du dir Hilfe suchst. Und wenn es bei dem einen Psychologen bei der Bundeswehr nicht geklappt hat, suchst du dir jetzt einen anderen. Und wir sind dir gerne behilflich dabei jetzt noch. Das wäre nett, wirklich. So, dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an und wird dir da noch ein paar konkrete Ratschläge geben. Okay. Okay, Kai? Ja, danke. Dann wünsche ich dir alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, wiederhören. So, ihr Lieben, jetzt geht es weiter mit Jörg. Jörg ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Jörg. Ja, hallo, und du bist hier? Das Thema heißt Meine dunkelste Seite. Ja, mein Thema ist, ich kann nicht lesen und schreiben. Du kannst nicht lesen und schreiben? Ja. Mit 38 Jahren? Ja. Hast du dich so durchs Leben geschlängelt irgendwie? Genau. Wie kommt das? Alle gehen doch irgendwie in die Schule und lernen so die grundsätzlichen Sachen. Wieso hat das bei dir nicht geklappt? Erzähl mal. Ja, es kam dadurch, weil ich auf eine Sonderschule gekommen bin und bin nicht gefördert worden von den Lehrern und so weiter und so fort. Was heißt nicht so gefördert worden von den Lehrern? Das heißt, du hast Schwierigkeiten an der Schule ein bisschen so mitgekommen und die haben das nicht gemerkt? Genau, da bin ich abgeschoben worden auf eine Sonderschule, auf eine Behindertenschule und dadurch hat das Lesen und Schreiben nicht gelernt. Und auf der Behindertenschule hat das dann auch nicht geklappt? Ja. Haben die das denn mitbekommen, da auf der Sonderschule, dass du das nicht kannst oder hast du dich da auch so durchlaviert irgendwie? Die haben das mitgekommen. Die haben das mitbekommen? Die haben das mitbekommen, ja. Und haben die dann nicht versucht, dir das dann doch noch so die einfachsten Sachen beizubringen? Nein, haben sie nicht. Wie kommt das? Ja, wie gesagt, die haben mich dann sofort abgeschoben, die wollten mich nicht weiter befördern und haben gesagt, jetzt gehen sie auf eine Sonderschule und... Ja, ich meine ja, auf der Behindertenschule, ob die das da nicht gemerkt haben? Ja, doch, doch, aber die haben ja nicht Lesen und Schreiben gelernt. Ja, aber ich habe auch, frage ja gerade, ob die das mitbekommen haben auf der Behindertenschule, dass du das nicht kannst? Ja, sicher, das wussten die ja, das wussten die ja, da können ja so viele nicht da. Achso, und das haben die dann auch so hingenommen? Ja, genau. Was hast du denn später gemacht, beruflich? Wie hast du denn dir dein Geld verdient bis heute? Ja, ich bin bei Stadt Witten beschäftigt, als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme auf Friedhof. Auf Friedhof? Nun gibt es ja tausend Situationen so im Leben, wo man auf der Bank, auf dem Rathaus, ach, ich weiß gar nicht wo, überall, wo man mal was schreiben muss. Wie machst du das? Ja, ich habe gefragt, ob sie mir das vorlesen könnten, weil ich jetzt auch so einen Antrag ausführen muss, dann haben sie auch für mich den Antrag ausgefüllt und dann brauchte ich das nur unterschreiben und dann haben sie auch noch vorgelesen. Kannst du denn unterschreiben? Unterschreiben kann ich, ja. Also deinen Namen oder einfach so ein paar Kringelchen oder wie machst du das? Hey, meinen Namen kann ich unterschreiben. Den Namen kannst du unterschreiben? Ja. Sagst du den Leuten das denn so ganz offen oder sagst du hier, ich kann es schlecht sehen oder lügst du dich da so durch? Ich habe auch schon mal durchgelogen, das war damals am Busbahnhof und da stand ich da und ich habe den Leuten gefragt, ob sie mir einen Fahrplan vorlesen könnten. Ich habe meine Lesebrille vergessen. Ja? Ja. Ähm, Jörg, ich höre gerade, der piepst das so ein bisschen im Hintergrund. Könntest du deinen Fernseher, dein Radio ganz runterschrauben? Hier ist ganz runter. Ja, aber irgendwas stimmt da nicht. Übersprichst du mit der Freisprechanlage? Nee, nee. Nee? Gut, dann haben wir da irgendwie, naja, werden wir schon durchkommen. Also, bei manchen Leuten gehst du ganz offen damit um. Ja. Ja? Aber bei manchen hältst du es auch geheim? Ja, aber meine Freundin weiß gar nichts davon. Ach, die weiß nichts davon? Die weiß gar nichts davon. Wie lange bist du mit der zusammen schon? Ich bin jetzt mit viereinhalb Jahren mit ihr zusammen. Und die weiß davon nichts? Die weiß gar nichts davon. Aber merkt die das nicht, dass du nicht lesen kannst? Nee, bis jetzt hat sie es noch nicht gemerkt. Hm. Hm. Nun ist ja auch die Welt voller Gelegenheiten und wir, die das können, machen uns das ja gar nicht so richtig bewusst, wo man überall lesen muss. Das ist, wenn man einkauft, wo vielleicht Etiketten stehen, das sind Fahrpläne, das ist die Fernsehzeitung und so weiter. Wie kommst du damit klar, dass du überhaupt nichts lesen kannst? Ja, wie gesagt, ich schummel, ich bin da voll durch. Ja gut, aber ich suche jetzt mal gerade so nach einem Beispiel. Du kannst ja auch nicht mal die Preise lesen, ne? Wenn deine Freundin sagt, hier kauf mal die Erdbeeren für 2,59 Euro ein. Also noch Zollen kann ich lesen. Ach, Zollen kannst du lesen. Zollen kann ich lesen. Ah, das geht. Das geht. Aber du kannst da keine Wegweiser lesen zum Beispiel. Nein, das kann ich auch nicht. Hast du ein Auto? Nein. Nein. Ein Führerschein auch nicht? Nein. Dann müsstest du es ja dann auch können, ne? Richtig. Ja. Und es gab in den viereinhalb Jahren, wo du mit deiner Freundin zusammen bist, noch nie die Situation, wo sie merkte, wo sie mal gesagt hat, hier, lies mal, wie interessant. Ja, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Aber sie kann lesen. Sie kann, ja. Ja. Schämst du dich dessen? Ich schäme mich dafür, ja. Und was meinst du, wie deine Freundin reagieren würde, wenn sie das erfahren würde? Wenn ich jetzt sagen würde, ich glaube, dann wird sie reagieren, ich glaube, dann wird sie auch Schluss machen. Meinst du? Weil sie sich auch angelogen haben. Na ja, gut, das Angelogen haben ist ja vielleicht ein bisschen blöd, aber nur deshalb Schluss zu machen, ist ja auch nicht verständlich letztendlich. Ich meine doch, dann wird sie machen. Meinst du? Ja. Ich überlege gerade noch so ein paar Alltagssituationen, wo man was ausfüllen muss. Wenn das so passiert, dann lässt du immer andere Leute ausfüllen, wie du das gerade beschrieben hast. Richtig. Ja. So, dann lass uns über die Freundin reden. Irgendwie ist das ja kein guter Zustand, wenn du das so lange jetzt geheim gehalten hast. Und die Gefahr besteht ja schon, dass es irgendwann mal aufliegt. Die Gefahr besteht. Die Gefahr besteht, das stimmt. Ich meine, es ist ja nicht so eine schlimme Lüge, als wenn du jetzt, weiß ich jetzt, vier Jahre eine andere Frau nebenher hättest. Ich finde diese Lüge nicht so schlimm, muss ich dir gleich mal sagen, Jörg, weil du dich ja eigentlich schämst dessen und du kannst, letztendlich kannst du ja auch nichts dafür. Und wenn du ihr das so erklären würdest, dass du dich so sehr schämst und du auch Angst vielleicht damals gehabt hast, dass sie dich verlässt, wäre das doch eigentlich ein plausibler Grund. Und zu sagen, jetzt sage ich es dir, ich bitte dich um Entschuldigung und lass uns gemeinsam einfach damit umgehen. Das ist für mich ganz schwer, um das zu sagen. Wobei du hier hast, mir hast du es jetzt ganz offen erzählt. Ja, ja, klar. Das ist richtig. Aber hier traue ich mir das nicht. Weißt du, ich glaube, ist das eine gute Beziehung, die ihr beide da habt? Ja. Aber du würdest sagen, das ist schon eine Frau, die ich sehr liebe und ist eine große Liebe meines Lebens? Richtig. Und umgekehrt, hast du den Eindruck auch, dass sie dich sehr lieb hat? Ja. Jörg, dann könnte ich schwören. Ich könnte wirklich schwören, dass sie wahrscheinlich erstmal ganz geschockt ist. Und wahrscheinlich auch erstmal sehr traurig gestimmt sein wird, wenn sie sich vorstellt, dass du aus Angst, aus Scham ihr das nicht gesagt hast. Aber ich könnte schwören. Ich weiß nicht, ich kenne sie nicht, aber es müsste mit dem Teufel zu gehen, wenn die Frau, deine Freundin dich deshalb verlassen würde. Wie gesagt, ich finde diese Lüge nicht so schlimm, weil sie nachvollziehbar ist. Es ist keine große Schande, die du da angerichtet hast. Dann bist du also der Meinung, dann soll ich hier ruhig die Wahrheit sagen. Finde ich schon. Finde ich schon. Finde ich schon. Ich glaube, dass du auch entspannter leben kannst dann, wenn du es ihr gesagt hast. Ich könnte mir vorstellen, dass man da immer Angst hat, dass es irgendwie auffliegt. Ist es so? Das ist so. Ja, und dass immer Situationen entstehen könnten, wo du vielleicht was lesen müsstest oder schreiben müsstest und dann musst du dich wieder rausdrehen. Ja, ist schon richtig. Ist so, ne? Und das heißt, man ist verkrampft und du bist verkrampft und verspannt. Richtig, genau. So sieht es aus. So, und ich finde, dass man, wenn man eine große Liebe hat, dass man der großen Liebe wirklich alles eröffnen sollte. Und Liebe verträgt verdammt viel, sage ich dir. Ja, das stimmt. Verdammt viel. Und das ist nichts Schlimmes, sage ich nochmal, dass du das verheimlicht hast. Wenn du es ihr jetzt sagst, machst du es wieder gut. Dann sagst du ihr, ich habe mich so sehr geschämt, aber ich möchte es doch jetzt endlich sagen. Ja gut, dann sehe ich hier mal die Weite. So, und dann habe ich noch eine andere Idee. Ja. Du bist ja nur erst 38, ne? Dann kann man ja noch eine ganze Menge machen. Ja, ich sag doch, ich fange jetzt auf dem 1.8.abendschule an. Hey! Darauf wollte ich hinaus. Ja. Das ist natürlich toll. Ja, guck mal, das kannst du doch damit verbinden, dass du es deiner Freundin gestehst und sagst hier, pass auf, und ich bin auch willens, etwas zu verändern und setze mich mit meinem, in meinem hohen Alter von 38 nochmal auf die Schulbank und willst lernen. Das ist doch eine tolle Sache. Ja. Guck mal, du gehst zur Abendschule, da müsstest du sie ja auch belügen, wenn du dahin gehst und das vorher nicht sagst. Ja, richtig. Das stimmt. Auch wieder ein Problem. Das stimmt. Also raus mit der Sprache. Ja, ich sage hier die Wahrheit. Ja, das fände ich ganz toll. Und vielleicht in einem Jahr, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis man da so in die Pötte kommt, kannst du so die Grundlagen des Schreibens und Rechnens. Richtig. Freust du dich drauf? Da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, dass das eine irre Erleichterung ist, wenn man sein ganzes Leben lang das nicht gekonnt hat. Ja, das stimmt. Also, lieber Jörg, ich wünsche dir alles Gute von Herzen und sag's deiner Freundin. Mach ich. Alles Gute. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, Hinweis für übermorgen. Übermorgen sind wir wieder früher im Fernsehen und zwar um Viertel vor zwölf im WDR Fernsehen. Und morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema das Geschäft mit dem Sex. Das ist unser Thema morgen. Und jetzt ist hier bei mir der Arthur. Und Arthur ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Arthur. Hallo. Deine dunkle Seite. Ja. Meine dunkle Seite ist, dass ich meinen Vater abgeschlagen habe. Deinen Vater geschlagen? Ja. Warum? Wir haben Probleme zu Hause, also finanziell oder es geht sozusagen um mich, denn mein Vater regt sich über mich auf, dadurch, dass ich jetzt irgendwie keine Ausbildung gefunden habe. Jetzt schon seit einem halben Jahr zu Hause sitze, halt sozusagen auf dem Trockenen, verdiene zu wenig Geld. Aber Schulausbildung hast du, einen Schulabschluss hast du? Ja, einen Realabschluss. Ja, immerhin. Ja. Den habe ich noch so geschafft, nachgeholt und jetzt mein Vater sagt immer, warum sitzt du zu Hause und so. Und dann kommt es halt immer zu Streitigkeiten wegen jeden 5 Euro und so, fängt das an an. Ja, weil du immer auf der Tasche liegst, sagt er. Ja, genau deswegen. Und ich sitze hier nur zu Hause rum und so fängt das dann an und immer mit Kumpels treffen und dies und das und das. Und das braucht nicht sein. Und der wird dann immer lauter und halt wird auch handgreiflich und es ist schon dreimal dazu gekommen, wo er dann handgreiflich wurde, dass ich dann komplett durchdrehe. Ich ticke dann aus und wenn er, ich halte es nicht mehr aus, meine Mutter muss dann schon dazwischen gehen und dann habe ich ihm auch echt einmal eine gegeben und das andere Mal war das ein Tritt gewesen in den Bauch und also er steckt eigentlich mehr ein wie ich davon. Ist das jetzt in der neuesten Zeit entstanden oder war das früher auch schon mal so, dass er Reibereien hatte? Das ist jetzt halt in diesem halben Jahr gewesen. Früher gab es das überhaupt nicht? Das gab es überhaupt nicht. Hat er nicht früher als Kind mal geschlagen? Nein, hat er nicht. Leider ist gut. Ja, das kommt irgendwie jetzt seit nur nach diesem halben Jahr. In diesem halben Jahr ist das alles, hat sich so geändert. Er ist ziemlich enttäuscht von mir, denke ich mir mal, weil irgendwie hat er sich das nicht so gewünscht. Also nochmal die Fakten. Ich kann da ja irgendwie auch nichts für. Das ist nicht so, dass ich mich nicht irgendwo beworben hätte um eine Stelle oder so. Okay, ich will jetzt nochmal die Fakten wissen. Du bist seit einem halben Jahr hängst rum. Ja? Ja. Erst seit einem halben Jahr. Ja. Aber immerhin. Du hattest dich, was wolltest du für eine Ausbildung machen? Ich wollte Industriemechaniker werden. Ja. Und wie viel hast du, wie viel Bewerbung hast du rausgeschickt? An die 56 ungefähr. 56? Ja. Und nicht geklappt? Nee. Und bist du im Moment immer noch am Bewerben oder hast du es im Moment mal aufgegeben? Also für dieses Jahr habe ich mich jetzt schon beworben. Noch ein paar Bewerbungen habe ich jetzt abgeschickt vom kurzen erst. Aber da waren auch noch Absagen dabei und jetzt lasse ich sein. Ja. Jobst du denn irgendwie so ein bisschen nebenher, um zumindest ein bisschen Kohle zu machen? Im Supermarkt so ein bisschen hier und da was zu verdienen. Aber das reicht halt nicht aus, weil ein eigenes Auto muss man auch noch finanzieren, nicht? Und vor allem hier und da... Muss man ein eigenes Auto haben in so einer Situation? Ich denke nicht. Ja, muss man nicht, aber... Nee, Arthur, muss man nicht. Hatte ich auch nicht. Also ich hatte auch schon sehr üble Zeiten früher, da hatte ich auch kein Auto. Ja, aber es geht auch darum, dass es... Ich muss mich zum Beispiel selber komplett einkleiden. Ich kriege ab und zu auch... Habe ich nicht zu essen zu Hause und ich muss echt... Wie zu essen zu Hause? Wohnst du noch bei deiner... Du wohnst doch bei deiner Mutter, oder? Hallo? Ich wohne zu Hause, aber meine Eltern sind halt echt beruflich so immer unterwegs und so, dass der Kühlschrank meistens leer ist und da muss ich mir auch auf Schrecke irgendwo was kaufen, weil ich immer unterwegs bin. Aber du bist immer unterwegs, warum bist du denn unterwegs? Was passiert denn dann, wenn du unterwegs bist? Einfach so zum... Ein Fun mehr, also zum Spaß, oder? Hallo? Nun ist er weggebrochen. Nun ist er weggebrochen. Wir versuchen, ihn gleich nochmal neu zu kriegen. Den Arthur. Und jetzt geht es weiter. Ich höre gerade auf meinem Kopfhörer, dass ich etwas Falsches gesagt habe. Unser Thema morgen heißt nicht das Geschäft mit dem Sex, sondern sexuelle Geheimnisse. Mensch, das ist ja viel spannender. Also morgen heißt das Thema sexuelle Geheimnisse. Vergesst mal, was ich gerade gesagt habe. Das ist unser Thema morgen. Sexuelle Geheimnisse. Und übermorgen sind wir im Fernsehen schon um Viertel vor zwölf. Jetzt ist unser Arthur weggebrochen. Den versuchen wir nochmal zu kriegen. Und hier ist Peter, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Peter. Ja, hallo Peter. Das Thema heißt Meine dunkelste Seite. Ja, jetzt bin ich schon online und habe gerade noch mit deinem Berater gesprochen. Du bist jetzt auf dem Sender, ja? Jo. Hallo. Hallo. Du bist jetzt ganz geschockt, dass das so schnell bei uns geht, oder wie? Oh ja. Ja. Das ist mal eine super Sendung und ich versuche schon seit einem halben Jahr durchzukommen. Ja, umso schöner, dass wir es jetzt geschafft haben. Jo. So, jetzt erzähl mal. Es geht darum, wenn ich in eine bestimmte Situation rate, gehe rate, dann... Ich bin zwar eigentlich, ich habe viele Freunde und so weiter, ich komme mit denen klar, aber wenn ich in eine bestimmte Situation rate, ich sehe, wie jemandem Leid zugefügt wird, dann schaltet es bei mir auf Rot und dann habe ich mich echt nicht mehr unter Kontrolle. Also wenn du siehst, dass jemand anderem Leid zugefügt wird? Ja, der mittellos ist halt, praktisch eine Schwächerin oder so, oder eine Frau und so weiter. Dann bist du, dann gerätst du außer Kontrolle. Was bedeutet das dann? Das bedeutet, ich schalte dann auf Rot. Ich werde dann erst wieder, also das ist, als wenn ich ausschalte. Ich schlage den dann so brutal zusammen, dass ich den echt umbringen könnte. Achso, also du willst im Prinzip jemand anderem helfen, aber schlägst dafür jemand anderen krankenhausreif. Genau. Also ich kann das dann nicht mehr kontrollieren. Sag mal die letzte Situation, wo das so passiert ist. Die letzte Situation ist schon ein bisschen länger her. Da wurde halt meine, mein Freund angemacht. Was heißt angemacht? Angemacht ist immer so ein Begriff, mit dem ich nichts anfangen kann. Was heißt angemacht? Okay, das heißt, ich komme original vom Dorf. Ja. Und da sind halt immer Leute unterwegs, die trinken halt ein bisschen, fühlen sich stärker und die sehen dann kleinere Leute und die provozieren die dann und wollen die dann verprügeln. Ja, was heißt kleinere Leute, also jüngere Leute oder was? Na, einfach Leute, die schwächlicher aussehen. Schwächlicher aussehen, ja. Oder jüngere Leute. Ja, verstehe. Und da hat das öfters gemacht und da bin ich dann zu ihm hin und hab gesagt, komm, lass uns mal raus hier, wir wollen mal reden. Ja. Und da bin ich rausgegangen und er ist dann rausgekommen mit zwei von seinen Freunden. Mhm. Und da hab ich einfach mit ihm gesprochen, also ich hab auch acht Jahre Judo gemacht und so. Oh. Kampfsport und solche Sachen. Oh. Also ich hab immer gesagt, ich will keinen Stress. Mhm. Lass einfach meinen Kumpel in Ruhe. Und da hat es halt immer so oft provoziert. Ja. Und da hat man noch ein Messer in der Hand gehabt und da hat es bei mir ausgetickt. Als du das Messer gesehen hast. Ja. Also das Messer war so die Initialzündung. Die Initialzündung war, dass er dreimal gesagt hat, wenn du es deiner Freundin nicht bringst, lass es nicht an mir aus. Oh. Das hat er einmal gesagt, zweimal gesagt, ja, warum ich sag so oft, ich hab Judo gemacht. Weil das muss man dann, wenn man im Club ist, immer vorwarnen. Ich weiß, ja. Ich kenne das. Ich sag doch nur, ja. Mach mal das Ding aus. Ja, sofort. Ich such. Ähm. Und dann hat er das Messer gezogen. Wie, wie, das hat man nicht einfach irgendwie so in der Hand. Ja, ja, da hat es gezogen. Als du gewarnt hast. Aus der Tasche. Nachdem du gewarnt hattest. Ja. Ich will den genauen Hergang mir vorstellen. Also du hast gesagt... Also du bist auf, wir sind rausgegangen. Nein, du brauchst nicht mehr nochmal neu als erzählen. Nachdem du gesagt hast, ich, hier, hör auf, ich hab Judo und so, und da hat er das Messer gezogen. Genau. Ich will keinen Streit und so weiter und er hat das Messer gezogen. Was ist dann passiert? Kann ich nicht genau sagen, weil wie gesagt, dann schreitet es bei mir um. Was ist denn... Ich kann mich nur genau daran erinnern, dass ich dann auf ihm aufgewacht bin. Ja. Und meine Freundin hat auf mir gesessen und mir die Arme festgehalten. Also du bist außer Rand und Band gewesen. Du bist wie ein entfesseltes Tier. Wie ein Raubtier oder so. Können wir mal... Genau, ja, so kann man sagen. Wie hast du denen denn zugerichtet, den Typ mit dem Messer? Wie sah der denn aus hinterher? Also er ist dann aufgestanden. Nachdem er ohnmächtig war, wird er umgekippt. Da haben sie ihn dann mit dem Krankenwagen abgeholt. Also du hast ihn ohnmächtig geschlagen? Ja. Ja? Das heißt, du bist auch ein sehr starker Kerl. Du hast nicht nur Judo-Kenntnisse, sondern bist auch ein starker Kerl. Ja, ich habe auch noch Kung-Fu gemacht und so. Also Kampfsport... Also mit dir ist nicht zu spaßen? Nee. Wie schwer verletzt war der? Also ich weiß jetzt nicht welche Seite. Auf jeden Fall eine rechte oder linke Seite haben sie mehrere Metallplatten eingesetzt und mehrere Zähne mussten ersetzt werden. Ach du lieber Himmel, ach du lieber Himmel. Da lag so ungefähr 14 Tage im Krankenhaus. Hast du dich bei dem entschuldigt? Er hat sich danach bei mir entschuldigt, bei der Gerichtsverhandlung. Er hat sich bei dir entschuldigt? Ja. Warum? Ich meine, du hast ihn nur zusammengeschlagen. Ja klar, aber ich habe ihn mehrmals vorgeworfen und so weiter. Ich kann es mir auch nicht erklären. Jedenfalls zur Gerichtsverhandlung war es dann so, ich hatte ja das Messer noch, weil er ohnmächtig war und wurde ins Krankenhaus gefahren. Und da habe ich mich gleich an meinen Anwalt gewendet, wo er mich angezeigt hatte. Verstehe. Und habe ihm das Messer gegeben. Ja. Und da hat der Staatsanwalt halt mehrfach gefragt, welchen den Messer und hat immer gesagt, ich hatte kein Messer, enge Tasche. Und da hat der Staatsanwalt dann schon gesagt, also ich kann auch sie, obwohl sie da Kläger sind, als Sexmeiner halt anklagen. Da drehte sich das Ganze. Genau. Wie ist das, wie lautete das Urteil dann? Das Urteil lautete, weil ich halt ehrlich geworden gesagt habe, ich habe Judo gemacht und so weiter. Hat der Staatsanwalt gesagt, ich hätte nach dem ersten Schlag aufhören müssen, gucken müssen, ob er mich noch attackieren kann. Ja. Aber wie war das Urteil denn nun? 500 Euro Schmerzungsgeld an ihn. Musstest du zahlen? Ja, musste ich zahlen. Aber du hast dich für ihn nicht entschuldigt? Obwohl, warum nicht? Er ist zu mir gekommen und hat sich entschuldigt. Das habe ich nun verstanden schon. Aber du hättest das ja auch tun können. Ich meine, du hast ja auch was Schlimmes angerichtet. Ja, aber ich sage mal, er hat es provoziert. Ja, na und? Na und? Deswegen muss es doch nicht so schlimm ausgehen, wie du es gerade geschildert hast. Ja, aber wie gesagt, das kann ich da nicht kontrollieren. Er hat sich bei mir entschuldigt, ich habe bei ihm gesagt, es ist okay und so weiter. Und seitdem ist auch ehrlich gesagt nichts mehr passiert. Wie lange liegt das zurück? Ich sage mal, vier Jahre. Ach, vier Jahre. Das ist ja dann schon eine gute lange Zeit. Vier, fünf Jahre. Und vorher ist das regelmäßiger passiert? Also regelmäßiger, kann man das so sagen? Ich sage mal, seit der fünften Klasse in der Schule, zwei, drei Mal pro Woche, ja. Zwei, drei Mal pro Woche? Auch als du älter wurdest dann? Ja. Bis zu diesem letzten schweren Vorfall? Ja. Das ist aber heftig, du. Ja. Wie erklärst du dir das, dass du dann in den letzten vier Jahren, was ja noch eine lange Zeit ist, dass da gar nichts passiert ist? Das kann doch kein Zufall sein. Meine Freundin. Ah, die hält dich. Die hat dich ein bisschen gezähmt, oder was? Die hat mich gezähmt, wir sind jetzt nicht mehr zusammen, aber die hat mich gezähmt, ich bin dann besser damit klargekommen. Hast du Angst, dass das wieder durchbrechen könnte? Jeden Tag, wenn ich auf die Straße gehe. Ich habe da auch Angst vor, wie du dich jetzt gerade geschildert hast, Jörg. Weil wir waren neuneinhalb Jahre zusammen und seitdem ist nichts passiert. Also fast nichts, sage ich mal. Wie lange wart ihr zusammen? Neuneinhalb Jahre. Das kommt ja da nicht hin. Ja, ich sage mal, fast nichts passiert. Moment, wenn vor vier Jahren noch dieses Schlimme war, da wart ihr dann auch zusammen. Also ich weiß ja nicht alles. Ich meine, da war sie dabei. Ne. Da hast du gerade erzählt, dass sie dabei war. Ja, bei dem Vorfall war sie dabei, weil sie dann auch vorher richten musste, aber vorher war sie nicht dabei. Ja gut, aber dann hat sie ja nun doch nicht so einen gravierenden Einfluss gehabt. Doch am Ende vielleicht, aber in der ersten Zeit nicht. Nein, in der ersten Zeit nicht, ne. Aber seit dem Vorfall war dann halt, da war ich 20 ungefähr und jetzt halt, wie gesagt, bin ich, wäre ich 26 jetzt. Ja. Und da ist nichts passiert. Also Peter, ich würde mir ja schon Sorgen machen an deiner Stelle. Ich hätte ja schon Angst vor mir selbst. Denn du kannst da ja wohl offensichtlich sehr schlimme Dinge anrichten. Habe ich auch. Ja, hast du auch, genau. Deswegen gehe ich jetzt auch in Therapie, sage ich mal so. Wie sagst du mal so? Ist das entschieden oder sagst du es mal so? Das ist, ähm, das ist schon entschieden. Ah. Das ist bloß, ähm, ich sag mal, eigentlich schon seit März fällig, aber durch den Bürokratismus hier mit den Akten und alles. Verstehe. Wie kam denn jetzt die Entscheidung, wenn so vier Jahre nichts passiert ist, dass du dann gesagt hast, ich gehe aber dennoch in eine Therapie? Ich sag's mal so, ich hab später durch, ähm, das halt nicht mehr, ich hab mich nicht mehr geschlagen, aber hab mich dann in Drohren geflüchtet. Ach so, ach so. Also da ist eine ganze Menge irgendwie, ist da was nicht in Ordnung? Ja, ganz viel. Ja. Gut, dann finde ich die Entscheidung richtig, Peter, dass das, dass du das eingefädelt hast und dass es jetzt hoffentlich dann auch bald losgeht. Ich auch. Ne, und dass ihr da dir auf die Schliche kommt und das ausgebügelt wird, was da die Ursache ist. Ne? Jo. Dann wünsche ich alles Gute und gutes Gelingen der Therapie. Einen Fakt noch. Ja. Wenn ich gesund bin, hoffe ich, dass ich so viele Menschen helfen kann wie dir, nur durchs Telefon, das ist echt der Hammer. Ich hab, das hab ich nicht verstanden. Ich sage, wenn ich so gesund bin, hoffe ich, dass ich einen Job machen kann, wie du. Ach so. Dass ich nur durchs Telefon oder Fernsehen so vielen Menschen erstmal weiterhelfen kann wie du, das ist echt der Hammer. Dankeschön. Ich wünsche dir wirklich alles Gute und dass du gut vorankommst. Ja. Tschüss, Peter. Tschüss. Also, morgen heißt unser Thema sexuelle Geheimnisse, sage ich nochmal. Übermorgen sind wir um Viertel vor zwölf schon im Fernsehen und jetzt ist Denise oder Dennis hier? Hallo? Ja, ist das Dennis oder Denise? Äh, Dennis. Dennis, ein Mann. Ja. Ne, hallo. 19 Jahre alt. Ja, ist richtig. Und du machst bitte mal den Fernseher oder das Radio ganz aus oder leise? Alles klar, mach ich ganz, ganz leise. So, genau. Da haben wir nämlich keine Rückkopplung. Alles klar, alles Lärchen. Also, meine dunkelste Seite, Dennis. Ich war in Westdeutschland bei einer Firma, also ich war direkt in der Drückerei. Wird die bestimmt was sagen? Also, wir können uns duzen, ich duze ich ja auch. Alles klar, Dummian. Also, ich war als Drücker tätig und wurde in Westdeutschland festgehalten. Ja. Das sieht man eigentlich jeden Tag in den Zeitungen, dass irgendwelche Drücker irgendwelche Leute suchen. Also, Drücker, das sind die, die an Türen stehen? Mit Abos, genau. Du hast das immer noch nicht leise gestellt, das Fernseher oder das Radio. Wie bitte? Du hast das immer noch nicht leise gestellt. Du musst das ganz runterdrehen, den Ton. Ja, alles klar, habe ich jetzt. Ja. Jetzt ist ganz klar, ich war mal ein Drücker in Westdeutschland. Da gibt es so eine ganz, ganz schlimme Firma und das war halt so, wenn ich jetzt unter zehn Scheine hatte, dann haben sie mir entweder in den Nieren geboxt oder haben mir Schellen gegeben, also alles Mögliche. Also, das heißt, ihr seid von Tür zu Tür gewandert und habt den Leuten irgendwelche Abos von Zeitungen oder Zeitschriften oder weiß ich was und Illustrierten aufgeschwarzt. Genau. Und ich möchte jetzt ehrlich gesagt nur ein paar Leute warnen, macht sowas auf jeden Fall nicht. So, und wenn du dann, kannst du ja gleich noch machen, ich will es erstmal nochmal erklärt bekommen. Ja. Und wenn du so und so viel, du nennst es Scheine, so und so viele Sachen nicht geschafft hast, loszuwerden pro Tag, dann ging es zur Sache, dann seid ihr zusammengeschlagen worden. Na, nicht zusammengeschlagen, weil ins Gesicht schlagen sie nicht, weil die wollen ja, dass man nächsten Tag wieder an die Tür geht. Ja. Und dass man wieder Scheine schreibt, deswegen schlagen sie immer nur in den Bauch, das haben sie uns immer gleich vorgewarnt. Ja, gut. Es geht immer nur in den Bauch oder, wenn es ins Gesicht kommt, dann höchsten Schellen. Immer nur in die Rippen oder in die Nieren. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich, das sind ja Mafia-Methoden. Das auf jeden Fall. Also, dass ich da rausgekommen bin, war nur mein Glück, weil ich war mal bei einem Kunden, der hat bei mir mitgemacht, hat mich gefragt, ob ich in der Drückerkolonne bin. Ja. Und da ich da weg wollte, auf jeden Fall, weil ich hatte Angst vor denen, richtig Angst. Ja, wie lange warst du denn dabei? Anderhalb Jahre. Anderhalb Jahre. Ja, ich bin da ja nicht weggekommen und ich habe eine kleine Tochter und ich habe eine Frau. Ja. Wie bist du denn überhaupt reingeraten? Durch eine ganz, ganz zufällige Zeitungsannonce. Ja. Und kann man denn, als du gemerkt hast, um was es da geht, kann man da nicht sofort wieder abhauen und sagen, nee, ich mache das nicht? Das ging nicht. Die haben gesagt, ja, kannst gleich heute anfangen. Zehn Minuten später stand ein Bus vor der Tür und ruhe da. Mhm. Da stand so ein Bulli, also so ein VW-Bus, so ein großer, und haben gesagt, du guckst dir das heute mal an. So, gleich weggefahren und da war Ende. Und dann musste ich im Hotel wohnen. Ja, aber man kann doch abhauen aus dem Hotel. Ja, da war mitten auf dem Dorf, da war nichts. Da war außenrum nur Feld. Mhm. Da war nichts. Ja gut, aber anderthalb Jahre, da muss es doch eine Gelegenheit geben, irgendwann mal die Kurve zu kratzen. Ja, aber die waren ja immer alle in der Nähe. Die haben ja immer aufgepasst, dass man wirklich nicht abhauen kann. Die haben ja richtig aufgepasst. Da waren ja mehrere Leute immer. Also waren da einmal ihr, die Drücker, und dann waren noch Leute, die euch quasi in Schach gehalten haben. Genau, genau so war es. Da waren immer drei Leute, die auf uns aufgepasst haben, und wir mussten an der Tür die Scheine schreiben. Ja, und habt irgendwelche, vielleicht auch alte Leute, die das nicht so durchschaut haben, habt ihr dann quasi übers Ohr gehauen. Ja, genau. So muss man sagen, ne? Ja, genau. Also waren auch jünger. Meistens haben die jüngeren Leute immer mitgemacht, weil die haben ja nun nicht so die Ahnung davon. Ja. Deswegen da, wenn wir junge Leute gehabt haben, haben wir unsere zehn Scheine geschafft. Aber die Leute haben dann die Zeitungen aber auch bekommen hinterher. Ja, natürlich. Das haben die Abos, das haut schon alles hin. Das geht ja alles über einen regulären Verlag. Und wenn du dein Pensum geschafft hast, hast du denn dann wenigstens auch etwas Geld verdient, oder war das auch nicht so dolle? Geld habe ich eigentlich immer bekommen, nur mit dem einen Unterschied. Das Hotel, da haben sie mir in der Woche 200 Euro abgenommen für das Hotel. Und Verpflegung haben sie mir dann auch nochmal 150 abgenommen. Also großartig viel hatte ich davon nicht. So, Dennis, wie bist du dann letztendlich davon gekommen, nach anderthalb Jahren? Also ich bin da zu jemandem, der hat gesagt, er würde da gerne mitmachen. Bei uns hat er was bestellt, eine Zeitung. Da hat er gefragt, ob ich bei einer Drückerkolonne bin. Und dann meine ich so, ja. Naja, weil ich wollte da irgendwie weg. Dann hat er gesagt, komm, ruf irgendwelche Kumpels an und du rufst die Polizei an, mach, was du willst. Hier hast du ein Telefon. Ja. Und dann hat er mich telefonieren lassen, hat mich ein Kumpel angerufen und der hat mich da rausgeholt. Da hatte ich ganz, ganz viel Glück gehabt. Und war das dann so einfach, dass der dich da rausholen konnte? Na, der ist mit dem Auto dahin gefahren, ist vorgefahren auf die Einfahrt. Das war alles mit dem abgesprochen, mit dem, der eigentlich mitmachen wollte. Der dann aber hinterher verstanden hat, worum es eigentlich geht. Der hat es dann mittlerweile verstanden. Und dann ist er da auf die Einfahrt rausgefahren. Ich bin ins Auto rein und bin erstmal ganz, ganz weit weg. Hm. Du hast dann von den Leuten auch nie wieder was gehört und die haben nicht versucht, dich zu verfolgen oder dir nachzustellen. Die verfolgen mich jetzt immer noch. Die verfolgen dich immer noch? Ja, einer von denen, also das ist einer von den Obersten da, also den ganz Obersten, den kenne ich ja gar nicht. Hm. Aber einer der Obersten, der hängt jetzt hier in Berlin rum und der probiert mich ja zu finden. Weil er hat Freunde von mir angerufen, war bei Freunden vorbei, beim Kumpel von mir hat er sogar die Tür eingetreten, weil er zu wissen will, wo ich bin. Und ich habe auf jeden Fall richtig Probleme. Und du willst auf jeden Fall ganz klar warnen, dass Leute, die einen Job suchen, von dieser Arbeit die Finger von lassen sollen? Auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, also ich wollte meiner Freundin, wollte ich immer Geld zuschicken, aber das Geld ist irgendwie niemals angekommen. Obwohl ich das meinem Chef immer gegeben habe, habe ich gesagt, schick es bitte da hin. Ja. Und ich habe vorher, ich habe eine Frau und ein Kind. Ja. Und dann möchte ich auch, dass da mein Geld ankommt. Das ist wieder angekommen. Ja. Und ich glaube nicht, dass die mich dann anlügt und sagt, du hast mir nie Geld gegeben. Also eine ganz üble Zeit, diese anderthalb Jahre. Auf jeden Fall. Das war richtig krass. Ja. Also die Warnung ist rübergegangen, dass die Leute auch, wenn die Not noch so groß ist oder die Leute noch so gerne in der Arbeit haben wollen, davon wirklich die Finger lassen sollten. Auf jeden Fall. Wenn die irgendeinen VW-Bus sehen und es geht um Zeitung, sofort weg. Ja. Und ich kann auch nur noch eins dazu sagen, bei der Firma, wo ich war, der oberste Chef ist jetzt im Knast, im Gefängnis, wegen Steuerunterziehung und wegen Entführung und sowas alles, wer Mitarbeiter entführt hat. Ja. Und in Westdeutschland sollte man sowas auf jeden Fall nicht machen. Dennis, die Sendung ist gleich vorbei. Aber ich glaube, die Warnung ist gut rübergekommen. Alles klar. Ich sage schöne Grüße nach Berlin und hoffentlich geht das bei dir alles gut demnächst. Alles klar. Auf jeden Fall war das Firma Klenk. Nein, das können wir jetzt nicht mehr machen. In der Technik war Uwe Petersen. Morgen heißt unser Thema sexuelle Geheimnisse. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Wir sind um eins wieder da. Ein Uhr Radio 1 Live, ein Uhr WDR Fernsehen. Und ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.